Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen besonderen Folge meines Podcast Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Heute geht es um etwas, das winzig-winzig klein ist und trotzdem seit vielen Monaten unser Leben beeinflusst und bestimmt auch deins. Worum es geht? Das Coronavirus. Und auch wenn ich keine Ärztin bin und mich nicht so gut mit Medizin auskenne, hoffe ich, ich kann dir einige Fragen rund um das kleine Virus beantworten. Bestimmt hast auch du dich schon das eine oder andere Mal gefragt, woher dieses kleine Virus auf einmal kam. Vielleicht hast du das Wort Corona letztes Jahr im März zum ersten Mal im Radio gehört oder als Mama und Papa ferngeschaut haben und hast dich gefragt, Corona, was ist denn das? Bestimmt haben Mama und Papa oder andere Erwachsene dir dann erklärt, dass das eine Krankheit ist, die sehr ansteckend ist. Und plötzlich war irgendwie alles anders. Du konntest dich nicht mehr mit deinen Freunden verabreden, die Erwachsenen mussten so eine seltsame Maske im Gesicht tragen, sodass man gar nicht mehr ihr Gesicht sehen konnte und vieles mehr. Aber woher kam denn dieses Virus auf einmal? Wissenschaftler sagen, dass das Virus zum allerersten Mal im Dezember 2019 aufgetreten ist. Und zwar in der Stadt Wuhan. Wuhan liegt in China und ist eine ziemlich große Stadt mit knapp 11 Millionen Einwohnern. Und genau dort soll das Coronavirus zum ersten Mal die Menschen infiziert haben. Vermutlich passierte dies auf einem Markt, den es auch so ähnlich hier in Deutschland gibt. Dort kann man allerlei Essen kaufen. Obst, Gemüse und vieles mehr. In Wuhan verkaufen dort viele Händler Fleisch und Fisch und manchmal sogar lebendige Wildtiere, zum Beispiel Schlangen. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich so ein Wildtier mit dem Coronavirus angesteckt hatte und sich dann ein Mensch angesteckt hat. Und ruckzuck hat sich der nächste Mensch angesteckt. Und wieder der nächste. Hast du gewusst, wie groß so ein Coronavirus eigentlich ist? Wir beide könnten das Virus nämlich gar nicht sehen, selbst wenn es direkt vor unserer Nase schweben würde. Es ist nämlich winzig, winzig klein. So klein, dass man dieses Virus nur mit einem besonderen Mikroskop sehen kann. Kennst du das Wort Mikroskop schon? Das ist ein Gerät, das fast so ähnlich funktioniert wie eine Lupe. Mit so einem Mikroskop kann man sehr kleine Dinge, wie zum Beispiel Viren oder auch kleine Insekten oder was einem alles so einfällt, vergrößern und sich dann ganz genau anschauen. Ziemlich spannend also. Und genau so ein Mikroskop braucht man, um das kleine Coronavirus überhaupt zu erkennen. Warum nennt sich denn dieses Virus ausgerechnet Coronavirus? Ach, das habe ich mich gefragt und mal für dich nachgeschaut. Corona ist ein ziemlich altes Wort und kommt aus dem Lateinischen. Das ist eine Sprache, die die Menschen früher oft gesprochen haben. Corona heißt auf Deutsch Krone. Aber wieso denn Krone? Schließlich ist das Virus ja nicht sonderlich beliebt. Der Name ist auch eher durch das Aussehen dieses Virus entstanden. Denn wenn man sich so ein Coronavirus durch ein Mikroskop ansieht, sieht es erstmal aus wie eine Kugel. Wenn man aber dann ganz genau hinsieht, sieht man allerdings leichte Zacken an dem Wall. Mal hier, mal da, rund um die Kugel verteilt. Und genau aus diesem Grund haben die Wissenschaftler den Namen Corona gewählt. Das war schon meine heutige Folge zum kleinen Coronavirus. Vielleicht hast auch du das eine oder andere Neue gelernt und kannst auch Mama und Papa neue Dinge über das Virus erzählen. Wenn du noch eine Frage zu dem Coronavirus hast oder dir eine andere spannende Frage einfällt, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso? Woher? Warum? wieder hören. Bleib neugierig, deine Christina Geib neugierig, deine Christina